so, welcome zurück, hat mal jemand gesagt, ähm, ja, wir haben, ein weiser Bär, hab ich mal gehört, ja, das war ein sehr weiser Bär, ähm, ja, wir sind noch genau da, wo wir aufgehört haben, äh, wir haben nur kurz verschnauft und sind noch voll in Übung und machen auch Tatenlöch, äh, 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 ja, okay. Nein, 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 kommst du, kommst du her, wo, kommst du, oh Mann, er wollte einfach nicht. Moment, ich muss mir mein Kissen hier zurechtschieben, ach, du wolltest einfach nicht. So, jetzt bin ich ready, oh, jetzt, jetzt ist First Try. Oh, ja, ja, der Pattern wechselt, äh, äh, nein, ach, Mann, ey, ich hab jetzt schon meine vier Leben weg. Ja, wir sind immer noch voll in Übung. Wir sind noch voll in Übung. Oh, ne Dusselbiene. Ich, die Dusselbiene. Nein, die Dusselbiene. Nein, die Dusselbiene. Komm da raus. Ich muss ja sagen, letzte Folge hast du ja, mit dem, mit dem Spring hast du ja richtig gut hin. Ja, was wolltest du sagen? Du, Silbiene. Ja, die sind allen schuld, ey. Ah. Nein. Wieder runterballern. Oh, Gott, ey. Oh, Gott. Er ja noch, äh, spätestens jetzt ist es, während was war dick, neu starten, würde. Einfach im Solo. Fahr, äh, ihr wusst wie. So, Dusselbiene, weg. Die alte Raucher-Dusselbiene, du. Die Raucher-Dusselbiene, ja gut, den, bis dahin fallen wir nicht runter. Ja, niemals. Niemals. Oh, Gott, zu früh sprung. Erst hin unten wieder. Ah. Nein, da war, Dings. Oh nein. Die Dusselbiene. Oh, Gott, ey. Gott im Himmel. Ich glaube, wir müssen schon am Anfang ein bisschen mehr aufpassen. Ich glaube, das ist so ein... Ja. Ey, mein Gott. Ey, ich krieg... Ach, komm, komm, lass gleich neu starten. Komm. Ja, ist klar. So, Moment, jetzt muss ich mich nochmal... Wir sind noch in der Übung, ne? Zu Cuphead muss man sich anders hinsetzen. So. Ja. Man kennt, ne, den Profi-Modus, ne? Ja, wenn man sich aufrecht auf... Also, ich so nach vorne gebeugt auf einmal hinsetzt. Genau. Dann ist Ernst. Was, Dennis? Dennis... Ja, Dennis Ernst. Ich kenn Dennis Ernst. Ich muss ganz überlegen. Nein! Ja, dann macht man ernst. Ja. Ja, wie ist das mit mehr aufpassen? Ja, ich hab wenigstens das Mal, ihr schafft die erste Münze zu holen. Ja. Nein, Titus! Ja, halt gut. Okay, alles easy. Kann sein, dass die Winnie ausgehalten haben, weil sie alleine gespielt haben? Nein. Ne, wie gesagt, du triffst ja mit deinem Dreierckgeschoss so ein großen Turm viel, äh, viel besser. Deswegen halten die kleinen Stücken davon immer so viel aus. Ja, aber halt nicht... Nein! Ey, ich hasse Dusselbienen. Oh, nein. Ich bin hinter ihm. Ja, nun mach den nochmal kaputt. Nein! Oh, ich komm... Ja, da komm ich nicht mehr hin. Schnell, ich flieg noch! Ja! Ja! Ah, jetzt geht das wieder los, Alene. Ja, die schießen aber auch nicht, wenn du alleine bist, wa? Ja, guck mal, der schnippt doch. Ich bin auf die Dusselbiene gelandet. Da lässt man eh ne Biene durch, ey. Ja, kann sein, dass die einfach weniger aushalten, wenn man alleine spielt? Ah, das glaube ich nicht. Naja, wir haben ja doppelt Power, warum nicht? Ah. Ja, wie? Ja. Also, mehr als zweimal a drücken kann man doch da immer nicht. Ja, Aua! Oh, okay. Ey, die chips sind auch nicht... Ey, Dusselbienen sind echt meine Feinde, ne? Oh, nein. Erste Noten, der ist unten. Ja, ich seh den da unten halt nicht. Ja, dafür muss man ja wieder runterhellen. Ich will aber nicht. Ja. Dusselbiene! Nein, warum bin ich hier und... Nein. Ach, okay. Ganz ruhig. So, ganz ruhig jetzt. Oh. Hashtag ganz ruhig. Warte, ich krieg dich nicht. Dusselbiene! Oh, Gott. Ah. Wir sind gleich oben. Dein letzter Baum. Na? Kommt nicht mehr ran. Ah. Fettet wieder los, ey. Hm. Ging ja eigentlich ganz gut. Ich... Nee, soll das Lücken sein? Ich hab keine Ahnung. Feuer ab, was du kannst. Ja, auch Special-Fähigkeit und so. Ja, ja. Mann, ey. Nein! Das ist genau das Gleiche. Ah, ah! Ich hasse Dusselbiene. Ah. Das ist bestimmt Papa Dusselbiene. Naja, weiß ich nicht, was das sein soll. Weiß ich auch nicht. Ob das so ein Leuchtkäfer ist oder so. Geschöpft der Hölle. Ach, Mann. Hä? Was hab ich denn denn da? Das hast du mir grad abgewehrt. Habe ich grad den Schmetterling abgewehrt? Warte, ich... Hä? Ey, ich... Weiß ich nicht. Aber... Dusselbiene! Dusselbiene! Die andere haben wir. Nein! Nein! Oh, ey, sag mal! Ey, ich hasse Dusselbiene. Ich seh ab jetzt jede Biene nochmal anders. Ist das überhaupt ne Dusselbiene? Ne, es ist eigentlich keine Dusselbiene, aber... Oder ist das ne Stinkkäfer? Ne, es ist ne Tarn-Dusselbiene. Alter, ich hasse Fliegedinge. Kannst du bitte nicht immer da oben sterben? Na, hier oben ist die Luft besser. Okay, so ein Schmetterling, glaub ich, hat dich abgewehrt. Vielleicht war da so ein... So ein rosa Leuchtener? Ne, eigentlich nicht. Also, ich weiß nicht, was ich da geschafft hab. Vielleicht war das ein krasser Move. Gibt's nur einmal in zwei Wochen. Hm, Mist. Das hab ich schon mal im Springsehen gesehen. Ja, jetzt sind's auch manchmal Momente, ne? Da springst du denn und dann... Okay, alles klar. Man, der Level ist so kurz und billow eigentlich. Ah. Ja. Oh nein. Man darf da vorne eigentlich kein einziges Leben verlieren, ey. Ja. Oh Gott, da... Was, Agatha? Wer ist Agatha? Agatha Christi, ja. Christi, ja, die kenn ich auch. Ja, da erinnere ich mich noch an so'n Wettkampf. Haha. Das war... Das war mega lustig. War lustig, ja. War... Als wir mal alleine zuhause waren, oder? Och, keine Ahnung. Nein! Ich hab... Ich... Okay, ich leb irgendwie noch. Warum? Wär ich nicht. Oh... Oh, sind wir mal zusammen hier? So, ich hol erst mal eine Mütze. Oh Gott, ey... Weißt du, dass es zu zweit, glaub ich, noch anstrengender hier ist? Ja, schön abwarten. Das müssen wir jetzt nacheinander machen. So, jetzt müssen wir zusammen rufen. Bis breit? Ja. Jetzt. So, da können wir rüber. Wenn wir oben sind, gehen wir weiter, ja? Weiter. Und dann jetzt warten und zurück. Okay. Ach mal, der wird nur kaputt, wenn ich so lange drauf bleibe, oder? Ne. Nein! Oh! Mann, der kann ja nicht immer sterben, wenn ich sterbe! Vielleicht ist das auch sein Abgangs-Move. Ja. Glaube ich nicht. Ah. Hat ne Arschkäfer. Oh, der kotzt mir, ey. Ja. Nein! Ah! Ich schreie auch. Kommt. Können wir gleich schon klingen. No, ne. Ich kann mich nicht umbringen! Nicht mehr, wenn ich's will! Kann man hier einfach starten und ne neun machen? Ne neun versuchen. Ja, wir müssen uns gleich umbringen. Ah, ey. Na, elegant! Hör mir auf, ey. Das sieht sehr gut aus. Jetzt, schön vorsichtig. Äh, genau so vorsichtig. Und alles umbringen. Schön, alles umbringen. Keine gefordern gehen. Ich nehme auch Kinder hier fangen. Hüpfen. Danke für den Weiß. Ja, gut, ne. Hüpfen. Ach, Mann! Alles verkackt schon, ey. Aber jetzt ein Leben brauche ich nicht zum Endpost. Oh, nein! Einfach gegengedashed. Nein! Na, komm her. Mach dich. Okay. So. Oh, wir dürfen nicht gleichzeitig sterben, ne? Damit müssen wir aufhören. Ich brauche nicht mehr dein Leben wissen was. Watt. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, also man drückt da Doppel A und man knallt einfach nur gegen den Käfer. Ja, habe ich jetzt auch mehrfach die Erfahrung mitgemacht. Ey, was waren das für geile Synchron-Dashes, würde ich nur mal an der Stelle sagen. Ja. Ja, Synchron-Dash, was? Ich brauche nicht mehr als ein Leben bis zum Boss. Äh, warst du denn schon mal beim Boss? Nein! Was? Ich fühle mich hier übrigens gerade so ein bisschen wie bei It Takes Two. Ja, so ein bisschen kleiner, ja. Ach Gott. Ja. Ja. Und du schnippst immer an der oben. Ja, weil ich auch einfach immer high bin. Oh, ich habe ihn noch abgeschossen. Mann. Ich kann diese Scheißlöpfe nicht mehr sehen. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ah. Klong, klong. Ah, halt auf. Sehr gut. Ich glaube bei denen ist echt einfach nur Durchlaufe. Doppelbühne. Die Liebe ist schön. Ich bin halt ein paar Jahre in. Ich bin halt nicht mehr. Ich bin halt nicht mehr bei denen. Ich bin halt nicht mehr als die Beleute. Ich bin halt nicht mehr bei denen. nein so diesmal ein paar mehr leben ja ich glaube an dir ich runterfalle verlegt auch nur ein leben und ich weiß es nicht ich würde es nicht ausprobieren die gegner hat am schluss diese mücken aus irgendwie ich glaube es nicht der ist mit meinem leben koppel du musst es schaffen bis hier und dann ist er weg was sagte einst ah nein ja du könntest es auch versuchen ja ich habe sonst immer versucht ich habe es einfach gerade vergessen so was wolltest du sagen sagt einst was eine leichtsinnige turtle naja können wir ja den boss in der nächsten folge machen ja haa kaaa haa kaaa hau haaa… haa HA 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 ich habe hunger okay Okay, also man stirbt doch einfach, wenn man aus dem Feld rausfällt. Nein, ich... Was hab ich denn gerade für einen Sprung gemacht? Hast du das gesehen? Nein. Mein Gott. Oder man springt einfach elegant rüber. Ja, ja. Nein! Doch, echt jetzt uns beide? Nein! Oh, sag mal! Denk dran, wir können doch so nach unten zählen, ne? Ach stimmt, da. Alter, ich hasse mein... Dose. Eine Dose. Mir ist gerade kein gutes Wort mit Tee eingefallen. Tee. Vielleicht Tee. Ich hasse mein Tee. Ah. Ich glaube an dir. Ja. Ja. Und jetzt gleich reinballern. Ja. 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 Oh, du. Wo geht's weiter? Oh Gott. Mein Gott, ey. Oh Gott. Aber wir haben nicht alle Münzen, ne? Eine. Doch. Oh, Glück gehabt. Wir haben mit Crispy abgeschlossen. Mit cool, dachte ich. Aber Crispy ist auch gut. Crispy cool. Crispy cool. Das ist ein Plus gewesen. Oh, da will ich's denn alle Münzen. Da müssen wir's nie wieder machen. Wirklich? Hat er wirklich alle? Ja, tatsächlich. Ja. Ah, wir haben Zeit lang. Ja. Oh ja, da wollte ich ja was ausprobieren. Wir wollten ja die Verfolgung wollte ich da holen. Denn wie es mir letztens mal hat eingefallen, war so oft das Ex, was da steht, das ist die Spezialfähigkeit von dem Ding. Und es ist nicht die Spezialfähigkeit, sondern vom Jäger ist die Ex, die Chaos-Europa halt. Da hatten wir letztens uns drüber Redung, ja. Flächenseil, für mehr Schadenangriff gedrückt halten. Kein Schnäufer, da er zählt Präzision. Oh, okay. Häuser. Das hier noch Kaffling-Super-Anzeige fühlt sich von selbst. Das ist natürlich auch nice. Ach, Korfig einfach. Na, wir hatten ja einfach nicht viel, ne? Ein Axtangriff. Ein Axtangriff, ja. Und das bringt mir bei welcher Situation was? Gegen Bäume. So, das mag ich mal als Standardangriff. Oh, okay, ein Super-E-Walt hier. So. So. Kleinen Moment haben wir noch. Heute müssen wir rechtzeitig aufhören. Wollen wir den anderen noch anteasern? Natürlich. Ja, was? Da haben wir noch fünf Minuten, fünf, sechs Minuten, fünf Minuten haben wir noch. Den shoppen wir noch. Ja, genau. Wilde Flora. Nella Nelke. Wo hast du diese coole Blume? Ja, ist er. Ah ja, die kenne ich. Wie, wie erinnert man nochmal die Waffe? Äh, mit L und L, glaube ich. Oh. Wie die abgeht. Ich glaube, das ist ein Boomerang. Okay. Ist das wie so ein Schutzschild, oder? Mhm. Wie ein Schutzschild, würde ich auch sagen. Ah, das war jetzt schon die Hälfte, okay. Oh, das war schon ziemlich weit. Aber ich glaube, hier kann ich mit dem... Oh. Ah, okay. Nein, oh, ich bin doch lieb. Oh, nein. Nicht getroffen. Oh, Mann. Davor waren wir einen Tick besser. Ja, ein bisschen. Geringfügig. Ja, vielleicht ist Donnie auch noch mal wieder besser. Kann man wieder ein bisschen mehr sich aufs Ausweichen konzentrieren. Ach, Mann. Na, ich habe gerade nicht auf die Pflanze geguckt, sondern auf mich. Nein. Oder schießen wir dann schneller? handelt gar nicht so richtig eigentlich schützen ich weiß nicht ob man eigentlich eher wie so ein siegelblatt sozusagen so was man aber wir waren schon gut läuft ich verstehe bloß den special nicht der wechsel greifen auf die andere oh oh was war die kamera war die auch ich krieg die ganze zeit die ganze zeit so ja genau da warst du so schnell weg dann müssen wir uns dem dann nächste folge oder wie sie ist kommt er noch mal wir haben noch eine haupt geschossen wird noch ein die sau oh nein ich glaube wir hatten sie fast der war noch gar kein ding ja gut schade knappes Ding ja dann schnacken wir die Pflanze in der nächsten Folge die ist ja machbar auf jeden Fall die ist auf jeden Fall machbar ja haben wir ja gesehen war ganz 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 kurz davor ja wenn die halt betrübt zum Schluss können wir auch nichts für echt mal die hat gesheetet gut dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann ach so Entschuldigung dann sehen wir uns in der nächsten Folge danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal ciao tschüss 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 tschüss